Erinnern Sie sich noch an das wichtigste Ereignis, das am 29. April 2011 stattfand? Es fand in der berühmten Stiftskirche Westminster AB in London statt, die Platz für 1.900 Gäste bot. Neben Gästen aus anderen Königshäusern war alles vertreten, was in Großbritannien Rang und Namen hat. Zahlreiche Fernsehsender weltweit übertrugen die märchenhafte Hochzeit. Falls Sie noch nicht wissen, wovon ich spreche, am 29. April 2011 heiratete der Prinz der berühmtesten Königsfamilie der Welt. William Mountbatten-Binsor, Herzog von Cambridge, Prinz von Großbritannien und Nordirland. Bei der schönen Braut von Prinz William handelte es sich nicht um eine Prinzessin, sondern um eine bürgerliche mit dem Namen Catherine Elizabeth Middleton. Durch die Hochzeit mit Prinz William erhielt Kate Middleton den Ehrentitel Herzogin von Cambridge und wird seitdem als ihre königliche Hochheit Herzogin von Cambridge angesprochen. Wer war Kate Middleton vor dem 29. April 2011 um 12.30 Uhr? Kate wurde als Ältestes von drei Kindern von Michael und Carol Elizabeth Middleton in eine wohlhabende bürgerliche Familie geboren. Michael Middleton war ursprünglich Pilot, seine Frau Stewardess. Seit 1987 betrieben sie einen Versandhandel für Partyartikel, der kürzlich in Konkurs ging. Kate lernte ihren zukünftigen Ehemann auf einer Eliteschule kennen, die sie gemeinsam besuchten. Eine Zeitung, die über ihre Hochzeit berichtete, titelte Die Antwort ist einfach, durch die Heirat mit Prinz William. Ihr gesellschaftlicher Status änderte sich in dem Moment, als sie vor dem Kirchenaltar Prinz William das Ja-Wort gab, in Anwesenheit der geladenen Gäste und der halben Welt vor den Fernsehschirmen als Zeugen. Als ich über dieses Ereignis vor mehr als 13 Jahren nachdachte, wurde mir etwas Wichtiges bewusst. Der Status eines Menschen kann sich durch die Verbindung mit einem anderen Menschen in einem einzigen Augenblick radikal verändern. Von bürgerlich zu königlich, von ledig zu verheiratet, von arm zu reich, von Ausländer zu Staatsbürger. Auf diese wichtige Feststellung kommen wir später noch einmal zurück. Zur Einführung in das heutige Thema möchte ich Ihnen eine ungewöhnliche Frage stellen. Sie lautet, was ist Ihr größtes Problem? Brauchen Sie ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken oder sind Sie sofort in der Lage, diese Frage zu beantworten? Bevor Sie sich für eine Antwort entscheiden, möchte ich Sie bitten, noch einmal zu überprüfen, ob das Problem, das Ihnen in den Sinn gekommen ist, tatsächlich das Größte ist, das Sie haben. Haben Sie ein Problem genannt, das auch die ganze Welt betrifft? Wie zum Beispiel Klimawandel, Überbevölkerung, Kriege, Naturkatastrophen oder Ähnliches? Oder war es eher ein persönliches Problem, wie zum Beispiel eine Krankheit, Beziehungsprobleme, Geldsorgen oder Einsamkeit? Sicherlich gibt es viele Probleme, die einem Menschen die Freude am Leben nehmen können. Aber es gibt tatsächlich ein so großes Problem, das alle Menschen auf der Erde betrifft und das trotz großer wissenschaftlicher Fortschritte bis heute nicht einmal ansatzweise gelöst ist. Vielleicht überrascht es Sie, wenn ich behaupte, dass das größte Problem der Menschheit der Tod und die Furcht vor dem Tod ist. Schade, dass ich Ihre Reaktion auf diese Behauptung jetzt nicht sehen und hören kann. Ist der Gedanke, dass der Tod der größte Feind der Menschheit und damit jedes Einzelne von uns ist, neu für Sie? In der Bibel, einer Sammlung von 66 Einzelbüchern, die von mehr als 40 Autoren über einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren geschrieben wurden, geht es vor allem darum, wie es zur Schreckenherrschaft des Todes auf der Welt kam und wie Gott das Problem des Todes durch Jesus Christus gelöst hat. In dieser größten Lebensgeschichte aller Zeiten wird deutlich, wie sehr Gott seine Geschöpfe liebt. Lesen wir in der Bibel selbst über das biblische Verständnis des größten Problems der Menschheit und die göttliche Lösung dafür. In Hebräerbrief, Kapitel 2, Verse 14 und 15, lesen wir Folgendes. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichtet zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Aus diesem Text geht Folgendes hervor. Erstens, dass Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut in unsere Welt gekommen und damit einer von uns geworden ist, um durch seinen Tod den zu überwinden, der die Macht des Todes hat. Zweitens, dass Jesus durch sein Kommen alle befreien wollte, die als Knechte oder Sklaven ihr Leben lang der Furcht vor dem Tod unterworfen waren. Jesus ist in diese Welt gekommen, um das größte Problem der Menschheit, den Tod, zu lösen und denen, die unfreiwillig der Sklaverei, der Furcht vor dem Tod unterworfen sind, die Befreiung zu bringen. Das werden wahrscheinlich diejenigen am besten verstehen, die mit solchen Gefühlen zu kämpfen haben. Für alle, die jetzt vielleicht sagen, das mit der Furcht vor dem Tod oder irgendwelchen anderen Ängsten betrifft mich überhaupt nicht. Für die habe ich eine schlechte Nachricht. Fast alles, was wir in unserem Leben tun, ist letztendlich durch die Furcht vor dem Tod oder andere Ängste motiviert. Ist diese Aussage nicht etwas übertrieben? Nachdem ich diese Aussage in einem interessanten Buch gefunden habe, habe ich mir genau diese Frage gestellt. Bei der Vorbereitung eines Seminars über Gefühle stieß ich auf ein Buch mit dem Titel Gefühle – die Sprache des Selbst. Der Autor ist der Arzt Thomas Bergner. In seinem Buch erklärte er, was Gefühle sind, wie sie entstehen und wie man sie deuten kann. Er spricht davon, dass Gefühle die Sprache des Selbst sind. Für mich war das Lesen des Buches anfangs wie das Erlernen einer neuen Sprache. Denn ich hatte mich vorher noch nie intensiv mit der Entstehung und Deutung meiner Gefühle beschäftigt. Ich verstand, dass ich jahrelang nicht auf das gehört hatte, was mein Selbst, meinem Ich, das Unbewusste in mir, zu meinem Bewussten mitzuteilen versuchte. Als größte Quelle menschlicher Emotionen nennt Bergner die Furcht vor dem Tod. Sie sei der bestimmende Faktor des menschlichen Verhaltens und manifestiere sich in den drei Urängsten des Menschen. Auf Seite 61 beschreibt er sie näher. Die erste Urangst der Menschen ist die Angst vor dem Verlust des Lebens und damit jeglichen Besitzes und aller Macht. Dies ist die Angst im Haben. Also jene, den Körper und die Seele und damit die scheinbare Macht über beides zu verlieren. Wir können sie Todesangst, Begehensangst oder Existenzangst nennen. Die zweite ist die Angst, nicht geliebt zu werden. Dies ist die Angst im Sein. Es ist die Angst vor dem Verlust der Liebe und sozialer Kontakte. Die Verlassensangst. Die dritte ist Angst zu versagen. Dies ist die Angst im Tun oder Handeln. Es ist die Angst vor dem Verlust des Sinns. Die Versagensangst. Jeder Mensch trägt Anteile der drei Urängste in sich. Es gibt keinen Menschen ohne diese Ängste. Sie haben eine Schutzfunktion, weil sie die entsprechenden Lebensbereiche schützen. Diese drei Urängste sind der Kristallisationskern, aus dem sich alle unsere Gefühle entwickelt haben und Sinn machen. Sie wirken grundsätzlich im Außerbewussten. 80% der bewussten Ängste spielen sich im Haben ab und entsprechen der Angst vor dem Tod. Für den Autor hat die Angst vor dem Tod einen wesentlichen Sinn. Dass wir lernen, dass wir nichts von dieser Welt mitnehmen können. Er behauptet weiter, dass unsere ganze Gesellschaft auf der Angst vor dem Tod aufgebaut ist. Zwei von vielen Beispielen zeigen das besonders deutlich. Das Militär und das Gesundheitssystem. Für uns ist es selbstverständlich, dass Deutschland Soldaten und Waffen hat. Obwohl dafür im letzten Jahr die gigantische Summe von 91 Milliarden Euro ausgegeben wurde. Aber wozu braucht ein Land das Militär? Natürlich, um Land und Leute vor möglichen Angreifern zu schützen. Wir sind bereit, enorm viel Geld für das Militär auszugeben, weil wir Angst haben, dass uns jemand angreifen könnte. Die gesamten weltweiten Militärausgaben betrugen im letzten Jahr sagenhafte 2,4 Billionen US-Dollar. Nur zur Erinnerung. Eine Billion ist eine Eins mit zwölf Nullen. Die Ausgaben für das Militär in Deutschland sind geradezu bescheiden, wenn man sie mit den Ausgaben für unser Gesundheitssystem vergleicht. Sie betrugen im vergangenen Jahr knapp 500 Milliarden Euro. Diese Beispiele zeigen, dass wir bereit sind, viel zu tun und zu opfern, um uns vor Krankheit und Tod zu schützen. Ich muss zugeben, dass ich einige Zeit brauchte, um diese Gedanken zu verdauen. Nur einige Monate später fiel mir ein anderes Buch in die Hände, das die Gedanken aus dem Buch über die Gefühle bestätigte und noch erweiterte. Der Titel des Buches lautet »Die Verleugnung des Todes« von Ernst Becker, der für sein Werk 1974 mit dem Pulitzerpreis, dem bedeutendsten Medienpreis der USA, ausgezeichnet wurde. Im Wesentlichen schreibt er in seinem Buch, dass sich die Menschen sehr schwer damit tun, ihre Sterblichkeit zu akzeptieren und deshalb viele Strategien entwickelt haben, um mit dieser Tatsache leben zu können. Die Unausweichlichkeit des Todes macht für viele das Leben sinnlos. Aus diesem Grund entwickeln Menschen unterschiedliche Strategien im Umgang mit ihrer Sterblichkeit, um ihrem Leben Sinn und Bedeutung zu geben. Die grundlegende Motivation für menschliches Verhalten sieht Becker in dem biologischen Bedürfnis, unsere Grundangst zu kontrollieren, den Schrecken des Todes abzuwehren. Neben Aspekten wie Moral und Lebensstil ist es die wichtigste Aufgabe der Religionen, den Menschen Antworten auf die Fragen der Sterblichkeit und des Todes anzubieten. Und damit ihre Existenz einen Sinn zu verleihen. Theologie, Philosophie und Psychologie beschäftigen sich direkt oder indirekt mit diesen Fragen und wie sie unser Leben beeinflussen, wenn sie beantwortet oder nicht beantwortet werden. Für beide Autoren ist der Tod das größte Thema der Menschheit, bewusst oder unbewusst. Und die Angst vor dem Tod die Mutter aller menschlichen Ängste. Nach diesem düsteren Bild des größten Problems der Menschheit und der menschlichen Versuche, damit fertig zu werden, ist es an der Zeit, sich mit der Lösung des Problems näher zu befassen. Die Bibel ist in diesem Punkt eindeutig. Weil die Menschheit ihr größtes Problem nicht selbst lösen kann, musste Gott eingreifen, um einen Ausweg zu finden. Die Lösung brachte Jesus Christus, der auf dieser Erde lebte und nach kurzer Zeit seines Wirkens von Menschen am Kreuz umgebracht wurde. Jesus war ein Wanderprediger und Heiler, der das kommende Reich Gottes verkündete und Unglaubliches von sich behauptete. Eine solche Beauptung war, er sei der Sohn Gottes, von Gott selbst gesandt, um die Menschheit zu retten. Mit einer anderen Aussage, die wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, im zweiten Teil des zehnten Verses finden, lesen wir Folgendes. Ich bin gekommen, sagte Jesus, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Man kann über Jesus geteilter Meinung sein, aber eines ist unbestritten. Er wusste sehr genau, was das größte Problem der Menschheit war und wie die Lösung dafür aussah. Die Frage, woher er das genau wusste, sollte uns zum Denken geben. Der Satz, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss oder Fülle haben, zeigt deutlich, dass Jesus sich seiner Mission auf der Erde bewusst war. Er wollte den Menschen Leben bringen und zwar nicht nur ein bisschen Leben, sondern Leben in Überfluss. Der Überfluss ist, wenn ein Mensch mehr als genug von etwas hat, wenn zum Beispiel sein Glas voll ist und trotzdem weiter gefüllt wird, sodass es überläuft. Die biblische Antwort auf den Tod und die Furcht vor dem Tod als größtes Problem der Menschheit ist das Leben in Jesus Christus. Jesus ist in dieser Welt gekommen, um den Tod abzuschaffen und uns von der Sklaverei der Furcht vor dem Tod zu befreien. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht von unserer Rettung durch Jesus Christus. Aber das geht doch nicht, sagen sie vielleicht. Es gibt doch gar keine Verbindung zwischen mir und Jesus. Er hat im ersten Jahrhundert gelebt. Ich lebe im 21. Interessanterweise sieht die Bibel die ganze Menschheit als eine Einheit, die durch das gemeinsame Leben verbunden ist. Und deshalb hat die Tat eines Menschen Auswirkungen auf alle anderen. In Römerbrief, Kapitel 5, lesen wir den Vers 18 und Vers 19. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch das einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Gott hat die Welt durch einen Menschen geschaffen. Durch den Ungehorsam eines Menschen kam der Tod in die Welt und wurde an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Noch bevor sie die Möglichkeit hatten, etwas Falsches zu tun. Genauso sind wir durch den Gehorsam und das Opfer eines Menschen, des zweiten Stellvertreters der Menschheit, Jesus Christus, die Rechtfertigung und das Leben für alle Menschen gekommen. Unser Status hängt davon ab, mit wem wir verbunden sind. Auch hier zeigt sich die Liebe Gottes, denn wie Adam und Eva haben wir genauso die Wahl, auf wem wir hören und mit wem wir uns verbinden wollen. Die Bibel vergleicht die Beziehung des Menschen zu Gott mit der Beziehung eines Bräutigams zu seiner Braut. Durch die Hochzeit gehen zwei Menschen eine hoffentlich dauerhafte Verbindung ein. Sie gehen gemeinsam durchs Leben und teilen alles, was sie sind und haben. Ein Mensch, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, geht eine Beziehung mit ihm ein und bindet sich an ihn. Durch Glaubens- oder Vertrauensbeziehung erhält er Anteil am Leben, das Jesus versprochen hat. Dabei ist der Glaube ausschlaggebend. Mit dem Glauben ist nicht nur die Bejahung einer Information gemeint, sondern das Vertrauen, das zwei Menschen brauchen, um sich aufeinander einzulassen und den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen. Prinz William und Kate Middleton sind durch ihre Hochzeit eine Verbindung eingegangen. Dadurch hat sich der Status von Kate radikal verändert. Sie ist von einer Bürgerlichen zu einem Mitglied der königlichen Familie geworden. Als Mitglied der königlichen Familie musste Kate lernen, sich wie ein Mitglied der königlichen Familie zu kleiden, zu verhalten und zu sprechen. In ähnlicher Weise ändert sich mit der Taufe auch der Status eines Menschen vor Gott. Er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Die wichtigste Aufgabe des Getauften ist, mit der wichtigsten Aufgabe der Eheleute in ihrer Beziehung zu vergleichen, nämlich an einer vertrauensvollen Beziehung mit Jesus Christus zu arbeiten, so dass sie bis zum Lebensende erhalten bleibt. Durch die Glaubensverbindung des Gläubigen mit Jesus Christus soll die Gewissheit entstehen, dass die Erlösung geschehen ist. Durch diese Gewissheit wird die Herrschaft der Todesfurcht in seinem Leben beendet. Er erfährt Befreiung, inneren Frieden und sehr große Freude. Das bedeutet nicht, dass die Person danach eine super Frau oder ein super Mann ohne Angst wird. Aber es bedeutet, dass die Angst nicht mehr die beherrschende und allesbestimmende Kraft in ihrem Leben ist. Das Ideal ist, dass die Liebe zu Triebfeder unseres Handelns wird. Einer der schönsten Vers im Neuen Testament steht für mich in 1. Johannes Kapitel 5 im Vers 13. In diesem Text lesen wir, Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, wird mein Herz erfüllt mit großer Freude und mein Leben wird erhellt. Drei Aussagen dieses Bibelferse sind mir besonders wichtig geworden. Die erste ist, dass wir es sogar wissen können, nicht nur glauben oder hoffen, dass wir in Jesus Christus das ewige Leben haben. Etwas zu wissen ist eine hohe Stufe der Gewissheit. Etwas, worauf man eigenes Leben aufbauen kann. Apostel Johannes betont am Anfang des Verses, dass das auch die Absicht seines Schreibens war, dass wir es wissen, dass wir das Leben in Christus haben. Die zweite Aussage ist, dass wir das ewige Leben in Christus haben. Das haben oder nicht haben können wir am einfachsten verstehen, wenn es ums Geld geht. Grammatikalisch bezeichnet das Wort haben die Gegenwart. Das Geld ist da und man kann es gleich verwenden. Im Unterschied zur Vergangenheit oder Zukunftsform, die diese Gewissheit nicht garantieren. Und die dritte Aussage des Textes ist die Klärung der Frage, wer sich des ewigen Lebens in Christus gewiss sein darf. Die an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Aus eigener Kraft ist uns die Lösung des Problems des Todes nicht möglich. Die Lösung liegt im Vertrauen auf Jesus Christus. Wir treten mit ihm in eine Glaubensbeziehung. Dadurch verbinden wir uns mit ihm, der das Leben im Überfluss hat. Ähnlich wie Kate Middleton ihren Titel und die Mitgliedschaft in der königlichen Familie von Prinz William erhalten hat, wird uns durch diese Verbindung das Leben von Christus geschenkt. Solange wir in der rettenden Verbindung mit ihm bleiben, haben wir das Leben. Es kann uns nicht mehr genommen werden. Auch dann nicht, wenn unser Körper auf dem Friedhof begraben ist. Das Leben, das Christus uns geschenkt hat, ist die Garantie dafür, dass wir bei seiner Wiederkunft auferstehen werden. Aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, dass das größte Hindernis für ein erfülltes und angstfreies Leben die große Sorge um mich selbst ist. Hinter dieser Sorge verbirgt sich fast immer unbewusst die Furcht vor dem Tod. Durch das Leben in Christus kann jeder Mensch die Befreiung von dieser großen Sorge erfahren. Sie versperrt uns oft den Blick für andere Menschen, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Ein Mensch, der selbst am Ertrinken ist, kann sich kaum um andere kümmern, die am Ertrinken sind, weil er genug mit seinem eigenen Problem zu tun hat. Die Gewissheit, das Leben in Jesus Christus, hat die Kraft, uns von der Sorge um uns selbst zu befreien und die Sklaverei der Angst vor dem Tod in unserem Leben zu beenden. Das kognitive, intellektuelle Wissen über dieses Thema ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur Befreiung. Der längste Weg, den es auf der Welt gibt, ist bekanntlich diese 30 Zentimeter von unserem Kopf zu unserem Herzen. Wir können über das Leben in Christus Bescheid wissen und trotzdem kein befreites Leben führen. Wir wissen, dass unsere Vertrauensbeziehung zu Gott echt ist, wenn wir die Befreiung auch gefühlsmäßig spüren, wenn auch unser Herz erfährt, was der Verstand schon längst begriffen hat. Ein Mensch, der die Befreiung von Todesangst und großer Sorge um sich selbst erlebt hat, kann darüber nicht schweigen, weil die Freude über die neu gewonnene Freiheit zu groß ist. Er muss unbedingt mit anderen darüber sprechen und seine Freude teilen. Wie frei ein Mensch ist, merkt man am schnellsten an seiner Sprache. Beklagt er sich ständig über jemanden oder etwas? Jammert er über sich, andere und die ganze Welt? Oder strahlt er Zuversicht und Gelassenheit aus? Auch hier geht es nicht darum, dass wir uns nie beklagen oder Schwäche zeigen dürfen. Aber das darf auf keinen Fall der Dauerzustand unseres Lebens sein. Entweder wir haben in Christus das Leben, das Kostbarste, was es gibt, oder wir haben es nicht. Wenn sich ein Christ über die Umstände des Lebens beklagt, klingt das für mich so, als würde sich ein Milliardär darüber beklagen, dass er kein Geld hat, um sich ein paar neue Schuhe zu kaufen. Wer das Leben in Christus hat, hat schon das Wertvollste, was es auf der Welt gibt. Und deshalb klingt es sehr widersprüchlich, wenn er dann über Lebensumstände klagt. Sind Sie schon müde von vielen Gedanken geworden? Nur noch eine letzte Frage, die sehr persönlich ist und die ich Ihnen jetzt stellen möchte. An wen oder an was glauben Sie? An wen oder was haben Sie sich in Ihrem Leben gebunden? Zweifellos sollen wir uns an unseren Ehepartner binden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, den Sinn des Lebens in einer sterblichen Person zu suchen. Wir können den Sinn des Lebens auch in der Familie, im Beruf, in materiellen Dingen oder in einem Fußballverein oder etwas anderem suchen. Entscheidend ist, ob diese Bindungen halten, wenn die großen Stürme des Lebens kommen. Und sie werden kommen. Lösen Sie das größte Problem, das wir Menschen auf dieser Welt haben? Oder brauchen wir immer noch eine Bindung, die im wahrsten Sinne des Wortes Lebens notwendig ist? Ich würde mich sehr freuen, wenn jeder Mensch bewusst und wohl überlegt über die Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung entscheidet. An wen oder was er sich in seinem Leben binden wird. Oft ist es so, dass unser unmittelbares Umfeld einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. Und viele Menschen sind allzu schnell damit, finden sich zu schnell damit ab. Meine Befürchtung ist, dass es nicht so sehr viele Menschen gibt, die eine bewusste und reflektierte Entscheidung darüber treffen, an wen oder an was sie glauben oder wen oder was sie sich binden. Ich möchte jedem Menschen Mut machen, diese Entscheidung in seinem Leben mit großer Sorgfalt zu treffen. Es ist nicht leicht, gegen den Strom zu schwimmen, aber es kann die Mühe wert sein. Ich persönlich habe mich für Jesus Christus entschieden, mich an ihn durch den Glauben gebunden und ihm mein Leben anvertraut. Dass die biblischen Antworten auf die existenziellen Fragen der Menschheit die einzig richtigen sind, kann ich nicht hundert Prozent beweisen. Ich kenne die Menschen, die die biblischen Bücher geschrieben haben, nicht. Und ich war nicht dabei, als Jesus lebte. Was ich aber zweifellos aus meinem eigenen Leben bezeugen kann, ist der innere Friede und die Gelassenheit, die ich immer wieder erfahre, wenn ich auf Gott vertraue. Innerer Friede verläuft nicht immer linear. Es gibt Hohen und Tiefen. Durch alle Situationen meines Lebens trägt mich das Grundvertrauen und die Überzeugung, dass Gott mir in Jesus Christus das wahre Leben und damit das Wichtigste geschenkt hat. Dass dies der richtige Weg ist, den ich gehen soll, davon bin ich überzeugt. Wie gut der Weg ist, den man bewusst oder unbewusst in seinem Leben gewählt hat, wird nur die Zeit zeigen. Jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, kann feststellen, dass es gute und weniger gute Wege gibt, die ein Mensch wählen kann. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagte Jesus an einer Stelle in der Bibel. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und seinen Frieden in Ihrem Herzen. Einen Frieden, der alle Herausforderungen der stürmischen Zeit, in der wir leben, überstehen wird. Wahrscheinlich werden Sie sich nach einigen Tagen nicht mehr an viele Details dieser Predigt erinnern. Und das ist ganz normal. Aber ich wäre froh, wenn Sie wenigstens diesen Satz in Erinnerung behalten könnten. Jesus Christus möchte sein Leben mit Ihnen teilen und Sie damit vor dem Tod und die Sklaverei der Furcht vor dem Tod befreien. Es reicht, wenn Sie zu ihm Ja sagen. Dies können Sie jetzt gleich tun, indem Sie auf Ihre Knie gehen und ihm das persönlich im Gebet sagen. Amen. Ich möchte noch gerne mit Ihnen beten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag der Ruhe und der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Danke, himmlischer Vater, für Jesus Christus, der uns so sehr geliebt hat, dass er bereit war, auf diese Erde zu kommen und zu sterben, nur dass wir leben können. Danke, dass wir dieses Geschenk im Glauben jetzt in Anspruch nehmen dürfen. Und ich möchte dich für all die Menschen bitten, die in Angstzuständen leben, die einfach nicht den Ausweg kennen. Ich bitte dich, dass du mit deinem guten Geist immer bei denen bist, dass du sie tröstest und ihnen den Weg zeigst. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle segnest, Herr. Besonders die, die gerade jetzt auf der Suche nach dem Sinn für ihren Leben sind. Himmlischer Vater, bitte segne uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.